Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast begrüße ich heute Heidi Metzmeier. Hallo Heidi, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, hallo ihr da draußen. Ja, mein Name ist Heidi Metzmeier, ich bin Geschichtenerzählerin. Ich habe schon im zarten Alter von anderthalb meinen Eltern die Ohren zugetextet, aber leider in einer Sprache, die sie nicht verstehen konnten. Ich liebe Kommunikation in jeder Form, ob nun geschrieben oder gesprochen. Ich habe im Prinzip zwei Berufe. Ich bin Autorin und Kommunikationsberaterin. Was ich an Kommunikation liebe, ist das verbindende Element, das Verständigende. Aber ich habe auch noch eine zweite Leidenschaft und das ist das Reisen. Ich bin wahrscheinlich eine der ersten Reisebloggerinnen Deutschlands, denn ich bin bereits seit 20 Jahren unterwegs und schreibe immer über meine Reiseerlebnisse. Ich denke, Neugier ist mein Antrieb. Mich interessieren Menschen und ihre Kulturen, Natur und Tierwelt. Und meine Triebfeder ist neben der Neugier der Reiz des Unbekannten. Denn das habe ich festgestellt. Kann süchtig machen. Das hört sich richtig spannend an. Seit 20 Jahren. Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich sogar schon länger. Aber seit 20 Jahren schreibe ich tatsächlich über das, was ich erlebe unterwegs. Und welches Buch hast du heute mitgebracht? Es handelt bestimmt vom Reisen, oder? Korrekt. Ich habe heute mitgebracht Unter demselben Himmel. Das ist mein Erstlingswerk als Autorin. Und das sind meine autobiografischen Reiseerzählungen. Darin geht es um Afrika, aber auch um Asien und um den Nahen Osten. Um alles, was ich mit meinen Partnern reisend, entweder mit dem eigenen Geländewagen oder auch mit dem Rucksack, erlebt habe. Und das war eine ganze Menge. Hört sich gut an. Magst du gleich mal anfangen? Ja, sehr gerne. Also mein Klappentext geht so. Mein Feuer der Reiselust wurde früh entfacht. Seither muss es genährt werden. Zusammen mit meinem Partner folge ich, manchmal mit Rucksack, meist mit eigenem Expeditionsmobil, einem inneren Kompass. So entdecken wir Berggorillas und Löwenrudel in Afrika, erkunden den Regenwald Costa Ricas, besuchen eines der letzten Naturvölker Indonesiens und bewundern den Sternenhimmel über der Wüste des Iran. Ich habe Momente des Schreckens und des größten Glücks erlebt, habe unterwegs die Liebe verloren und innere Stärke gewonnen. Was mich bis heute prägt, sind Begegnungen mit Menschen, die ihre Türen und ihre Seelen öffneten, um uns Einblicke in ihr Leben zu gewähren. Diese Reiseerzählungen sind auch ihre Geschichten. Wenn du den Puls des Abenteuers in dir fühlen kannst, dann ist dieses Buch für dich, inklusive praktischer Tipps, die dir den Einstieg in die Welt der Individualreisen erleichtern. Ich lese jetzt aus einem Kapitel, das heißt die Entdeckung der Langsamkeit. Ich schreie entsetzt, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Es ist keine Frage, sondern mein Ausdruck des Entsetzens im Angesicht des Unvermeidlichen. Stefan antwortet vom Beifahrersitz ruhig und lakonisch, Lenkrad gerade halten. Doch zu spät, da überschlägt sich unser Geländewagen gefühlt in Zeitlupe auch schon. Er rutscht mit einem fiesen Knirschen über den Schotter, ein Geräusch, das sich mir für immer ins Gedächtnis brennt. Der Deckel, der Kompressorkühlbox hinter dem Fahrersitz ist durch die geborstene Windschutzscheibe in Richtung afrikanischer Abendsonne unterwegs. Bierdosen, rohe Eier und andere Kühlwaren zischen an unseren Köpfen vorbei und zerplatzen im Fußraum. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt unser Expeditionsmobil zwar entgegen der Fahrtrichtung, aber immerhin auf allen vier Rädern zum Stehen. Ich bin panisch, aber unverletzt. Erneut. Zum Glück. Jetzt müssen wir aber raus hier. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Türen des Landrovers lassen sich kaum noch öffnen. Der Geländewagen, der für die nächsten Monate unser Zuhause sein sollte, ist nur noch ein zerbeultes Häuflein-Elend, ohne Scheiben, das in seiner eigenen Brühe steht. Unsere Habseligkeiten sind auf der Straße verstreut oder bis in die angrenzenden Felder geflogen. Und es wird dunkel. Wir sind mitten im Nirgendwo Namibias. Stefan hat seinen Kopf während des Überschlags geistesgegenwärtig mit den Armen geschützt, denn das Dach eines Landrovers gibt normalerweise bei Druck von oben nach, wie ein Hamburger Brötchen. Wir hatten unverschämtes Glück, denn der mit dem Fahrgestell verstrebte Stahldachträger unseres Geländewagens hat das Schlimmste verhindert. Stefan hat trotzdem ein Loch im Ellbogen. Beim Überschlag ist ihm das Dach buchstäblich unter die Haut gegangen. Da er kein Blut sehen kann, ohne umzufallen, legt er sich vorsichtshalber an den Straßenrand. Daneben hockt zitternd und erschöpft mein Schutzengel und schaut mich mit diesem verwirrten Blick an, den ich inzwischen gut kenne. Warum, Heidi? Schon wieder? Ich schäme mich. Dieser Elchtest auf der Wellblechpiste war zwar unbeabsichtigt, aber vermeidbar und definitiv lebensgefährlich. Ich war deutlich zu schnell unterwegs und verriss im entscheidenden Moment das Lenkrad. In das Armageddon, das ich uns geschaffen habe, rollt nun langsam ein alter Pickup. Darin sitzen die Handlys, ein älteres Farmer-Ehepaar. Sie brauchen nicht lange, um zu erfassen, was sich hier abgespielt hat und so steuert Niem schnurstracks auf Stefan zu und überredet ihn, mit zur nächsten Farm zu kommen, wo seine Wunde mit Waffenöl desinfiziert, ouch, und fachmännisch verbunden wird. Derweil sammelt seine Frau Sonntag, sie heißt wirklich so, mit mir unseren Krimskrams zusammen, um ihn zurück ins Auto zu verfrachten. Die Boxen, die auf dem Dach angeschraubt waren, ebenso wie unsere Pässe, die Kameraausrüstung, Kleidung und den Kühlboxdeckel. Ich verstehe jetzt, wie sich Phil Connors alias Bill Murray in »Und täglich grüßt das Murmeltier« gefühlt haben muss. Ich kann einfach nicht anders als Sonntag das, was gerade passiert ist, immer und immer wieder zu erzählen, weil der Film als Endlosschleife durch meine Hirnwindungen saust. Sie stellt mir zur Ablenkung Fragen wie »Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen?« Zum Millenniumswechsel saßen Stefan und ich auf einer libyschen Düne und beschlossen, den afrikanischen Kontinent im Detail und auf eigene Faust zu erkunden. Ein geeignetes Auto, eine Land Rover Defender 110 TDI, hatten wir bereits, allerdings waren einige Umbauten nötig, um ihn für eine Transafrika-Reise fit zu machen. Das bedeutete für Stefan, dass er seine Wochenenden und Feierabende über ein gutes Jahr hinweg in der Scheune von Freunden verbrachte, schraubend, sägend und fluchend. Als ihm sein Arbeitgeber dann ein Sabbatical anbot, griff er zu und ich reichte bei der PR-Agentur, für die ich arbeitete, die Kündigung ein. Unsere Wohnung vermieteten wir kurzerhand unter und nach einem großen Abschiedsfest mit Familie und Freunden schipperte der Lendi von Hamburg nach Kapstadt, während wir hinterherflogen. Nach acht Monate Freiheit. Wir kommen. Der Trip ist gerade einmal drei Wochen alt und jetzt das. Inzwischen ist es dunkel. Stefan und Niam kommen zurück. Sie haben einen Abschleppwagen verständigt, der uns in den nächstgelegenen Ort bringen soll. Als wir uns von dem Paar verabschieden, umarmt mich Sonntag herzlich. Diese Erfahrung, so schmerzlich sie ist, hat einen tieferen Sinn, auch wenn du ihn jetzt noch nicht sehen kannst. Ich hoffe, dass die Erkenntnis nicht allzu lange auf sich warten lässt. Auf halber Strecke zum nächsten Ort hat der Abschleppwagen eine Reifenpanne. Das ist der Moment, in dem ich in die Phase der hysterischen Lachanfälle eintrete. Dani, der Fahrer, setzt uns schließlich im einzigen und sehr teuren Hotel im Ort ab. An der Rezeption drücken sie uns zur Begrüßung erstmal einen Sekt in die Hand und ich gleite in die Phase der Heulkrämpfe. Die halbe Nacht liege ich wach und stelle mir vor, wie dunkle Schatten auf dem Hof des Abschleppdienstes. Alles aus unserem Autoklauen, was noch übrig ist. Schließlich sind die Scheiben kaputt. Beim Frühstück diskutieren wir unsere Optionen. Realistisch sind am Ende nur zwei Szenarien. Variante 1, das war's, wir fahren sofort wieder nach Hause. Variante 2, wir lassen den Lenni notdüftig reparieren und schauen, wie es läuft. Abgesehen davon, dass wir in Deutschland keine Wohnung und keine Jobs mehr haben, geben wir unseren Traum, von Kapstadt nach Kairo zu fahren, so schnell nicht auf. Allerdings müssen wir die Kosten für die Reparatur von unserem Reisebudget abziehen, weil wir uns gegen die völlig überteuerte Versicherung entschieden hatten. Es wird also darauf ankommen, was neben Blech und Glas noch kaputt ist. Etwas später beim Abschleppdienst werden wir positiv überrascht, denn Danny hat auch schon nachgedacht und präsentiert uns einen Plan. In Namibia bekommt ihr den Wagen nicht wieder flott. Die notwendigen Teile gibt es hier nicht und sie zu importieren wäre viel zu teuer. In Südafrika ist es leichter, also rufen wir einen Karosseriebaubetrieb in Kapstadt an, den ich gut kenne. Wenn die sagen, sie bekommen die Kiste wieder hin, fahre ich euch heute Nacht mit meinem Lastwagen zu ihnen. Dann führt er uns auf den Hof, wo unser Landy über Nacht gut aufgehoben war. Ich schäme mich für meine Gedanken. Zum ersten Mal sehen wir das Ausmaß der Bescherung bei Tageslicht. Widerstreitende Emotionen ringen in mir um die Oberhand. Am Ende überwiegt statt der Selbstvorwürfe die Dankbarkeit darüber, dass wir noch am Leben sind. Stefan verliert kein einziges Wort über das, was ich angerichtet habe, wäre der jetzt noch später. Bei PanelRide in Kapstadt schauen sie sich unsere per E-Mail übermittelten Fotos an und glauben, dass sie uns wieder auf die Straße bekommen. So sitzen wir bei Anbruch der Dunkelheit zu dritt in der Kabine von Dannys LKW, auf dessen Ladefläche der Landy gut verzurrt ist. 1000 Kilometer Fahrt nach Kapstadt liegen vor uns. Zurück. Auf Anfang. Da Danny tagsüber gearbeitet hat und der einzige ist, der den großen LKW fahren darf, sind wir nach den ersten fröhlichen Stunden eifrig darum bemüht, ihn am Einschlafen zu hindern. Wir diskutieren buchstäblich über Gott und die Welt. Danny ist seit zwei Monaten stolzer Vater einer Tochter und versteht nicht, dass wir mit Mitte 30 weder verheiratet sind noch Kinder haben. Ihr müsst heiraten wegen der Bibel. Darauf fällt mir nichts Intelligentes ein. Stattdessen zucke ich in jeder Kurve zusammen, weil ich jedes Mal damit rechne, dass wir umfallen. Ich werde erst Monate später wieder am Steuer sitzen, gezwungenermaßen, weil Stefan sich einen Bänderriss zuzieht. Aber das ist eine andere Geschichte. Als die Sonne aufgeht, begrüßt uns schließlich Kapstadts charakteristische, vom Tafelberg beherrschte Silhouette zum zweiten Mal. Paneride ist der Betrieb der Familie Cross. Weiße Mittelständler, die Karosseriebauten vornehmen. Das Regiment über die rund 40 Angestellten, ein gemischtes Völkchen, führt Vater Cross. Nach unserer Ankunft geht es erst einmal in sein Büro, wo wir mit Tee und Kuchen versorgt werden. Dann hören wir uns seine Afrika-Geschichten an. Stephen, sein Sohn, hat vor Jahren eine Transafrika-Tour von London nach Kapstadt gemacht. Sein Geländewagen war ebenfalls ein Land Rover Defender. Ein hergerichteter Unfallwagen. Na, wenn das kein gutes Omen ist. Die Familie ist ganz heiß darauf, uns wieder auf die Straße zu bringen. Wir sorgen schon dafür, dass euer Auto wieder ein Geländewagen wird, auf den ihr stolz sein könnt. Und den ersten Tipp bekommen wir gleich gratis. Ihr seid viel zu schwer unterwegs. Seht zu, dass ihr kramlos werdet. Danny wird unruhig. Er muss zurück. Ich kann nicht fassen, dass er keine Pause machen will. Wir bieten ihm an, ein Hotelzimmer zu bezahlen, damit er wenigstens ein paar Stunden schlafen kann. Aber er will nicht. So telefoniere ich mit der Bank, die mir eine Stunde einräumt, um größere Geldbeträge abzuheben, damit ich ihn bezahlen kann. Und kurz darauf verschwindet er mit seinem LKW in einer Staubwolke. Danny, einer der Menschen, deren Hilfsbereitschaft ich niemals vergessen werde. Ich hoffe, dass er heil nach Hause kommt, denn wie tückisch afrikanische Pisten sein können, weiß ich jetzt. Da unser mobiles Zuhause für mehrere Wochen bei Paneride bleiben muss, ist unsere nächste Aufgabe, ein Dach über dem Kopf zu finden. Wir melden uns in der St. Wir breiten unsere Habseligkeiten im Apartment aus und stellen fest, dass Steven recht hat. Wir haben wirklich viel Zeug dabei. Ich habe vor der Verschiffung wie eine Weltmeisterin Lebensmittel eingekauft. Jetzt schaue ich unglaublich auf die vier prallgefüllten Boxen. Offenbar war mein Grundgedanke, dass es in Afrika nichts Brauchbares zu futtern gibt. Dabei hätte ich Reis, Nudeln und Konserven hier ohne Probleme bekommen. Aus heutiger Sicht vollkommen absurd mutet garantiert unser mitgeführtes Bücherregal an. Aber zum Jahrtausendwechsel wurden Reiseführer noch in Papierform durch die Landschaft gefahren. Manche Reiseziele sogar in mehrfacher Ausführung. Wir missten also gründlich aus und so manches findet in der Lodge einen glücklichen Neubesitzer. Unter der Woche sind wir fortan jeden Tag in der Werkstatt. Es gilt, viele Entscheidungen zu fällen, wie etwa, welche Karosserieteile wir ausbeulen lassen und welche wir vom Schrottplatz besorgen. In Deutschland würde sich diese Frage niemand stellen. Bei unseren Stundenlöhnen setzt sich niemand mit einem Hämmerchen hin und dengelt einen Kotfügel wieder gerade. Aber in Afrika wird das gemacht. Genauso wie aus zwei Karosserieteilen eines zu schweißen, wenn zwei zusammenpassende Hälften noch gut sind. Nach wenigen Tagen gehören wir quasi zur Belegschaft. Das merken wir daran, dass der Chef von der Balustrade von seinem Büro im zweiten Stock auf die Uhr tippt und zu uns herunterruft. Ganz schön spät heute, wenn die Party in der Lodge am Vorabend mal wieder länger ging und wir nicht pünktlich um sieben da sind. Wir haben den Innenausbau auf Werkbänke verteilt und flicken ihn wieder zusammen. Viele Holzteile sind beim Überschlag geborsten oder aus der Aufhängung gerissen. Die entsprechenden Stellen verstärken wir nun, da wir verstehen, welche Kräfte auch bei normaler Fahrt auf das Auto wirken. Für uns fühlt es sich schon bald wie Alltag an, in die Werkstatt zu kommen, in der an zahlreichen Autos parallel gearbeitet wird. Die Angestellten unterhalten sich dabei rege und streiten permanent um Werkzeug. Jeder deutsche Michel würde hier einen Vogel kriegen. Es gibt zwar Werkzeugkästen und jede Menge Schubladen und Regale, aber die sind leer. Wenn ein Teil nicht mehr gebraucht wird, bleibt es einfach da liegen, wo es zuletzt benutzt wurde oder fliegt aus einer Laune heraus in hohem Bogen durch die Luft. Unseren Drang zur Effizienz hängen wir alsbald an die leeren Haken der kahlen Wände. Jedes Fahrzeug in dieser Werkstatt hat eine Geschichte und nach einer Weile bin ich gar nicht mehr so scharf darauf, sie alle zu kennen, denn meist sind es keine Storys mit Happy End. Gearbeitet wird strikt nach Stechuhr, alles andere laugt die Leute nur aus, so die crossische Philosophie. Das Arbeitsende wird mit einer Hupe angekündigt. Wir wissen aber immer schon vorher, wenn es bald soweit ist, da sich die Stimmung merklich ändert. Es wird gepfiffen, gesungen und gelacht. Nach anfänglich unsicherem Beschnuppern nehmen die Berührungspunkte zwischen der Belegschaft und uns zu. Die beiden Mitarbeiter, die an unserem Expeditionsmobil arbeiten, lernen wir besonders gut kennen. Der gelernte Korosseriebauer Rowland und sein Helfer Amos. Rowland hat den Land Rover des Juniorchefs hergerichtet, den wir als strahlendes Vorbild täglich vor Augen haben. Amos geht ihm zur Hand und ist sehr bemüht, seine Sache richtig zu machen. Dabei zeigt Rowland viel Geduld mit ihm. Regelmäßig schaut Vater Cross vorbei und stellt immer die gleiche Frage. Und? Gewinnen wir hier? Ich bin fasziniert davon, wie weit man einen Land Rover auseinandernehmen kann. Irgendwann ist unser Reisemobil bis auf Motorblock und Rahmen mit Bodenblech zerlegt. Von jetzt an geht's bergauf. Zu unserem großen Glück bekommen wir von einem Safari-Unternehmen aus Johannesburg ein gebrauchtes Dach, da er seine Fahrzeuge für Touren in die Nationalparks umrüstet. Eine weitere gute Nachricht lautet, der Motor hat beim Salto praktisch keinen Schaden erlitten. Hier tun es kleinere Reparaturen, wie auch am Kühler. Sogar das Fahrgestell ist noch in Ordnung. Es hat keine Risse und wurde nach fachmännischer Vermessung in einem Augenzudrücken für gerade befunden. Für die Metallarbeiten an unserem Wagen ist Kevin verantwortlich. Eines Tages hat er eine Haltfahrung für unsere Allzweckschaufel gebastelt, für die es nie einen vernünftigen Platz gab. Ich soll sie in meinem Rucksack verschwinden lassen, denn wenn der Chef sie sieht, bekommt er einen Anfall. Kevin freut sich, uns ein Geschenk zu machen, das wir von nun an dabei haben. Immer wenn sich unsere Blicke begegnen, lächeln wir einander verschwörerisch zu. Nach zwei Wochen sehen wir endlich Land und können uns zum ersten Mal vorstellen, wie wir mit unserem jetzt bunten Land Rover vom Hof rollen. Die Ersatzteile sind von verschiedenen Fahrzeugen und farblich daher wild zusammengewürfelt. Wir haben Kassensturz gemacht und entschieden, dass wir das Geld lieber in Reisehighlights investieren als in eine einheitliche Lackierung. Das findet der Chef allerdings überhaupt nicht lustig. Kurzerhand weist er seine Lackierer an, alle Teile schwarz einzufärben. Scheiß auf das Geld, hier geht's um seinen Ruf. Wir protestieren nur fürs Protokoll. Am 9. Juni 2003 ist es soweit, der Land Rover ist fertig. Jetzt heißt es Abschied nehmen von der uns so vertrauten Umgebung und den vielen liebgewonnenen Menschen. Obwohl wir uns wie kleine Kinder freuen, wieder loszukommen, tun wir es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zur Krönung wird noch ein Foto fürs Familienalbum gemacht. Der Cross-Clan und wir samt Landy vor der idyllischen Kulisse des Table Mountain. Zu guter Letzt noch eine Runde durch die Werkstatt. Wir schütteln sehr viele Hände, werden umarmt und mit guten Wünschen überschüttet. Vor lauter Rührung weiß ich gar nicht wohin mit mir. Unser ganz persönliches Wiederaufbruch-Foto machen wir am Blauburgstrand. Blütenweißer Sand, himmelblaues Meer und im Hintergrund Kapstadt mit Signal Hill und Table Mountain. Der Aufbruch 2.0 findet unter neuen Vorzeichen statt, denn die afrikanische Gelassenheit hat längst begonnen abzufärben. Wir haben die Langsamkeit für uns entdeckt und gelernt, dass es nicht so wichtig ist, irgendwo anzukommen, sondern aufmerksam und mit Freude unterwegs zu sein. In den folgenden Monaten nehmen wir die Gelegenheiten wahr, die sich uns spontan bieten, bleiben, wo es uns gefällt, beherzigen Tipps von Einheimischen und integrieren die Empfehlungen anderer Reisender in unsere Route, auch wenn sie einen Umweg bedeuten. Dadurch haben wir sehr intensive Begegnungen und erleben unser ganz persönliches Afrika. Welches Abenteuerpolizeal außerdem darin steckt, mit einem Unfallwagen unterwegs zu sein, wissen wir in diesem Moment noch nicht. Aber das ist auch besser so. Oh Heidi, Wahnsinn. Ich war etwas geschockt am Anfang, gebe ich zu, mit dem Unfall. Aber du hast dich ja gut erholt. Ja, also wir waren natürlich auch sehr geschockt, muss ich sagen. Das war nicht der Aufbruch, den wir uns für uns erträumt hatten. Aber es war eine sehr lehrreiche Erfahrung, wenn auch kostspielig. Das glaube ich. Man hat ja für die Reise immer so, also man weiß, was man ausgeben möchte, wie weit es geht. Und das war dann, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder? Genau. Also wir mussten danach tatsächlich kalkulieren, welche Highlights können wir uns jetzt noch gönnen, weil unsere Reisekasse im Prinzip um ein gutes Drittel erleichtert war. Aber das hat tatsächlich am Ende gar nicht so furchtbar viel ausgemacht, weil wir letztendlich ja dann auch nicht so weit gekommen sind, wie wir ursprünglich gedacht haben, dass wir fahren. Ja, dadurch, dass wir die Langsamkeit für uns entdeckt hatten, war ja dieser Plan Cape to Cairo sowieso gestorben. Und dadurch, dass wir langsamer unterwegs waren und dann einfach an vielen Orten auch wirklich länger geblieben sind, um einfach auch in das Gefühl reinzukommen, die Menschen besser kennenzulernen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, wirklich gut zu gucken, was dieses Vorort da zu bieten hat, waren wir dann auch günstiger unterwegs als ursprünglich angenommen. Insofern ist es am Ende sich dann noch gut ausgegangen. Zum Glück. Aber warum Afrika? Afrika ist, glaube ich, so ein Kindheitstraum, sowohl von mir als auch von meinem Partner Stefan gewesen. Wir gehören zu der Generation, die mit Daktari aufgewachsen ist. Und für die Jüngeren unter euch, das war eine Serie. Wir in Amerika gedreht, spielte aber in Afrika. Und da gab es den schielenden Löwen Clarence und dann gab es noch einen Schimpansen. Und die Familie ist auch immer mit einem Land Rover durch die Gegend gefahren. Und also ich habe diese Serie geliebt und habe immer gedacht, ich möchte das sehen, was die sehen. Und meinem Partner ging es genauso. Wir haben dann, als die Frage anstand, was wir uns für ein Auto kaufen, als unser Pkw den Geist aufgegeben hat, haben wir die Entscheidung gefällt, jetzt kaufen wir uns mal so einen Land Rover und dann gucken wir mal, was man damit anstellen kann. Und hatten erst kleinere Touren unternommen nach Tunesien und nach Libyen. Und auf einer großen, sehr hohen, 300 Meter hohen, roten, libyschen Düne, mitten in der Nacht, mit tausend Sternen um uns rum, saßen wir da und haben in die Weite geguckt und haben gesagt, das ist so großartig und da wartet so viel unterhalb von Libyen. Wir wollen das alles sehen. Und somit war der Plan geboren, Afrika anzugucken, gut anzugucken, lang anzugucken, möglichst viel davon anzugucken. Ja, und weil wir auch wirklich sehr interessiert waren an der Tierwelt und wir die Vorstellung hatten, dass man wahrscheinlich in Südafrika in so eine Erfahrung leichter reinkommt, als wenn man von oben losfährt, haben wir dann entschieden, dass wir das Auto verschiffen von Hamburg nach Kapstadt und sozusagen die Tour umgekehrt machen von Süden nach Norden. Ah, interessant, interessant. Ach, wir könnten jetzt ewig darüber sprechen. Ja. Ich finde das sehr interessant. Ich war ja auch schon in Tunesien, aber ich hatte andere Erfahrungen. Okay. Also so der typische Tourist, ne. Aber schön, dass du so schöne Erfahrungen, außer das vom Anfang, das lassen wir jetzt einfach mal weg, ja. Aber ansonsten war es ja schön. Ja, vor allem kannte der afrikanische Kontinent ja nichts dafür. Also ich habe eindeutig einen Fahrfehler gemacht. Ich war zum einen zu schnell unterwegs und habe damit eine Kurve übersehen, die man eigentlich nicht übersehen kann, wenn die Straße davor sehr gerade ist. Also es war einfach auch Übermüdung, ne. Wir waren dieses typische Ding, man muss unglaublich viel in einen Tag reinpacken, ja. Was wir ja so gerne als Urlauber machen, ne. Wenn wir uns ein Reiseziel vornehmen, dann zu sagen, okay, ich habe zehn Tage, wie kriege ich jetzt in diese zehn Tage dieses ganze Land rein? Und damit stresst man sich total. Und ich war am Ende dieses Tages unglaublich gestresst und müde und habe einfach einen Fahrfehler gemacht. Also Afrika konnte da gar nichts für. Ja, das stimmt. So, bevor wir jetzt hier noch ewig weiter reden, was ich wirklich sehr gerne tun würde, aber das machen wir ein andermal. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, ich lese weiter. Damit das Ganze nicht zu verwirrend wird, ein kurzes Wort. Wir wechseln jetzt eben mal schnell den Kontinent, wir gehen nach Asien, wir kommen aber dann wieder nach Afrika zurück. Das Kapitel heißt Unters Naturvolk gemischt. Stefan erzählte mir aufgeregt von einem Bericht über Indonesien, den er in der Geo gelesen hatte. Die Geschichten über den Regenwald, die Orang-Utans, aber auch die Meeresschildkröten und die hinduistischen Bräuche faszinierten uns. Und so war der Grundstein für eine Reise gelegt, auf der ich mich nun auf einem klapprigen Kahn wiederfinde, der in der Nacht von der Insel Sumatra zur kleineren vorgelagerten Insel Sibarut übersetzen soll. Wir werden im Rahmen einer gebuchten Tour einige Tage mit dem Volksstamm der Mentawai verbringen. Diese Jäger und Sammler zählen zu den ursprünglichsten Völkern Indonesiens und leben zurückgezogen im Regenwald ihrer Insel. Unsere Koje für die Nacht befindet sich im Rumpf des rostigen Schiffes. Wir suchen uns eines der Doppelstockbetten aus und fühlen uns prompt in die Zeit von Klassenfahrten zurückversetzt. Das Bett neben uns beziehen ein holländischer und ein kanadischer Teilnehmer. Insgesamt umfasst unsere internationale Expedition zehn Teilnehmer. Durch das Bullauge können wir das rege Treiben am Hafen beobachten. Ich bin nicht sehr seefest und habe mich daher vor Antritt der Überfahrt in einer lokalen Apotheke mit Tabletten eingedeckt. Ich hätte gerne etwas Starkes gegen Seekrankheit, sagte ich. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Das wird Sie beruhigen, antwortete die Apothekerin. Das reichte mir. An weiteren Details war ich nicht interessiert. Als wir zur Abfahrt bereit sind, ist gefühlt jeder Quadratzentimeter mit Menschen ihren Habseligkeiten und unzähligen Waren für die Inselbewohner belegt. Der Abend ist warm, es weht ein Lauslüftchen. Da uns frischer Fahrtwind lieber ist, als der Dieselmotorengestank unter Deck, machen wir es uns neben der Brücke gemütlich. Der Kapitän legt eine CD von Kenny G ein. Seine Saxophonklänge hallen über die Lautsprecher durch das ganze Schiff. Täusche ich mich oder gleite ich gerade in eine Art Trance-Zustand? Die Wellen werden höher, die Schaukelbewegung des Schiffs nimmt zu. Ich beginne grundlos zu kichern. Der Kapitän schaltet die Musik aus und fordert uns alle auf, unter Deck zu gehen. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlich. Der schon etwas blasse Stefan hat seine liebe Not, mich über die steile Treppe zu unserem Doppelstockbett zu buxieren, weil ich nicht kooperiere. Das Schaukeln ist so nett und mir scheint alles farbenfroh und fröhlich. Wir rollen unsere Schlafsäcke über die Betten. Stefan klettert nach oben. Ich liege unten. Ich fühle mich wie in der Achterbahn. Das Schiff steigt auf, scheint einen Moment in der Luft zu schweben, um danach krachend in ein Wellenloch zu stürzen. Meer Wasser spritzt auf. Ich sehe es durch das Bullauge. Parallel dazu hat der Himmel seine Schleusen geöffnet und nach einer Weile kommt das Wasser auch in meinem Schlafsack an. Es plätschert durch alle Gänge. In den sich bildenden Flüsschen schwimmen zahllos Waren umher. Am Bettende sitzt im Schneidersitz mein Schutzengel mit wütendem Gesichtsausdruck. Er versucht sich an Pantomime, irgendwas mit Tabletten und einem sinkenden Schiff. Bevor er entschwindet, zeigt er mir noch den Vogel. Über mir höre ich Stefan stöhnen, der verzweifelt versucht, einen nicht mehr existierenden festen Punkt zu fixieren. Der Holländer neben mir kann sein Abendessen nicht mehr länger bei sich behalten. Ich muss trotz der Geräuschkulisse eingeschlafen sein, denn als ich wieder zu mir komme, liegen wir vor Anker bei strahlendem Sonnenschein. Wochen später werde ich feststellen, dass ein Inhaltsstoff der sogenannten Reisetabletten bei uns als Betäubungsmittel verboten ist. Und wir werden in der Zeitung lesen, dass die Fähre zwischenzeitlich gesunken ist. Aber hier und jetzt freuen wir uns alle, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wir sind neugierig auf die Begegnung mit den Mentawai, schultern unsere Rucksäcke und laufen im Gänsemarsch hinter dem Reiseführer her. Er kennt die Inselbewohner und spricht ihre Sprache, weil er eine Weile mit den Mentawai gelebt hat. Er sieht aus wie Charles Bronson. Da wir angegeben haben, fit genug für längere Touren durch den Busch zu sein, geht es jetzt auch direkt ins Eingemachte. In Begleitung mehrerer Einheimische laufen wir über schlammigen Waldboden und fangen uns die ersten Blutegel ein. Ich verstehe nicht, wie sie hier barfuß laufen können. Ein etwa zwölfjähriger Junge mit Mandelaugen, den sie Ikeb Kenner nennen, zeigt mir seine Fußsohlen. Sie sind hart wie Leder. Tritt er sich einen Dorn ein, schneidet er ihn mit einer Machete einfach großzügig aus dem Horn. Es ist schwül und schon nach kurzer Zeit rinnt mir der Schweiß den Rücken hinunter bis zum Steißbein. Die Trekkingbekleidung klebt mir am Körper. Ikeb ruft immer wieder belustigt, Orang, Putti, Meule, Meule. Der weiße Mensch ist sehr langsam. An einer Stelle müssen wir einen breiten Fluss überqueren. Die Brücke, die diesen Namen eigentlich nicht verdient, besteht aus einem Baumstamm, der in stattlicher Höhe quer über das Flussbett liegt. Es hilft nichts, da müssen wir drüber. Charles Bronson ermutigt uns beim Balancieren nicht in die braunschlierige Brühe unter uns zu starren, sondern lieber geradeaus zu schauen. Ich konzentriere mich auf meine Füße, setze einen Schritt vor den anderen und bin heilfroh, als ich auf der anderen Seite ankomme, wenn auch Meule, Meule. Die Lebensweise der Mentawai ist nicht auf Sesshaftigkeit in klassischen Wohnungen angelegt. Sie bevorzugen das Leben als Jäger und Sammler im Einklang mit der Natur, scheinen noch zu fühlen, was die Welt um sie herum braucht. Im Verlauf unseres Besuchs sehen wir häufiger, wie Jäger eine Pflanze an einem für sie nicht idealen Standort ausgraben und woanders wieder einpflanzen, damit sie eine Chance hat, groß und stark zu werden. Mentawai tragen keine Kleidung, was ich angesichts dessen, wie mir meine am Körper klebt, für sehr vernünftig halte. Stattdessen ist ihre Haut mit Tattoos verziert, aus denen das geübte Auge Informationen über soziale Stellung und Beruf herauslesen kann. Für diese Menschen ist die Haut ein Kunstobjekt, das Atmen will. Bei den zahlreichen Umarmungen, in die man sich hier ohne Scham oder Zurückhaltung wirft, stelle ich fest, wie zart ihre Haut ist. Aber es gibt ein Problem. Die indonesische Regierung möchte international ernst genommen werden und schämt sich für ihre Naturvölker. Daher wird versucht, sie zur Sesshaftigkeit zu zwingen. Eigentlich leben die Familien in Holzhäusern, die auf Pfahlbauten mit großen Veranden angelegt sind. Unter den Wohnräumen leben Hausschweine, die alles fressen, was zu ihnen herunterpurzelt. Auch Kameraobjektivverschlüsse aus Plastik. Doch nun lässt die Regierung Steinhäuser errichten, in die sie die Mentawai zusammen zwingt. Mir hingegen gefällt ihr Leben im Rhythmus der Natur. Wir brechen mit den ersten Sonnenstrahlen auf. In der schwülen Mittagshisse machen wir Rast. Zwischendurch waschen wir uns im Fluss. Bei unseren Gastgebern angekommen, versammeln sich alle zum Abendessen, das meist aus Reis und Gemüse besteht. Anschließend sitzen wir um ein Feuer und lauschen den Geschichten der Ältesten, die Charles Bronson für uns übersetzt. Leider gibt es oft kein Happy End. Die Mentawai glauben an Geister, die sie mit Worten und Taten zu besänftigen versuchen. Wenn die Geister dennoch einen Verwandten holen, muss das Haus, in dem dieser gestorben ist, verlassen werden. Früher ist die ganze Sippe einfach weitergezogen, aber heute, wo sie gezwungen werden, in ihren Häusern zu bleiben, erzeugt der emotionale Druck, mit dem böse Geister unter einem Dach zu leben, zahlreiche psychische Probleme. Und damit nicht genug. Die Regierung nimmt keinerlei Rücksicht auf die Tatsache, dass diese Menschen nicht in der sogenannten Zivilisation ankommen wollen. Zu einem Hohenfest, das in der Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java unter Anwesenheit ranghoher ausländischer Gäste stattfand, wurden Bewohner zahlreicher Inseln zwangs eingeflogen. Der Alte, den es aus Sibarut getroffen hatte, erzählt uns mit erstickter Stimme, wie er sich gefühlt hat, als er in das Flugzeug steigen musste. Wenn er daran denkt, wie es abhob, bekommt er noch heute Schweißausbrüche. Er befürchtete, dass seine Seele nicht mitkommen würde. Am nächsten Morgen wache auch ich schweißgebadet auf und nutze die Gunst der frühen Stunde, um mich vermeintlich unbeobachtet im Fluss etwas frisch zu machen. Kaum stehe ich im kühlenden Wasser, kommt eine junge Frau aus dem Busch auf mich zu. Sie baut sich lächelnd vor mir auf und fasst mir mit zwei schwungvollen Bewegungen zunächst an die Brüste und dann in den Schritt. Ich bin so überrascht, dass ich stillhalte. Mit wenigen behennten Schritten ist sie gleich darauf auch schon wieder im Grün des Blätterwalds verschwunden. Ich blinzele kurz, um mich zu vergewissern, dass ich mir das nicht eingebildet habe, dann sehe ich mich zögernd um. Auf der Veranda steht Charles Bronson und grinst. Später frage ich ihn, hast du uns beobachtet? War ja nicht zu übersehen. Warum hat sie das gemacht? Na, aus Neugier. Sie wollte gucken, ob du genauso gebaut bist wie sie. Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich ihr keine Geste der Freundschaft geschenkt habe. Unsere letzte Nacht auf Siverud verbringen wir in der Hafenstadt. Hier möchte ich in Tränen darüber ausbrechen, wie viele Menschen apathisch ihr Lebenszeit absitzen, obwohl sie unter anderen Umständen fröhlich sein könnten. Menschen, die ihre Tattoos unter zerschlissenen Kleidung verbergen und den Tag, an dem sie nichts anderes zu tun haben, als sich selbst zu verleugnen, in Alkohol ertränken. Ich verstehe das nicht. Warum lässt man diese Menschen nicht einfach so leben, wie sie leben wollen? Dieselbe Frage wird mir wenige Jahre später auf dem afrikanischen Kontinent wieder begegnen. Dass unsere Lebensweise diese Völker ihre Identität kostet, wurde mir während eines Aufenthalts in der Kalahari bewusst. Die Saan bevölkerten den afrikanischen Kontinent bereits vor mehr als 30.000 Jahren. Doch ihre Realität heute sieht anders aus. Verlust ihrer Lebensräume, bittere Armut und Alkoholismus. Das Land, das sie einst durchstreiften, ist heute als Privatbesitz aufgeteilt oder zu Naturparks konvertiert. Die Jagd ist ihnen verboten und wird mit Gefängnis bestraft. Die losen sozialen Strukturen, in denen Entscheidungen als Gruppenkonsens gefällt wurden, tragen nicht dazu bei, ihre Interessen politisch lautstark zu vertreten. So haben nur wenige Saan überlebt und von diesen pflegen den traditionellen Lebensstil nur noch einzelne Gruppen. In Namibia findet sich die größte Ansiedlung im Osten, dem Bushmanland. In Grasweg haben sie vom Stamm der Juhansi aus der Not eine Tugend gemacht und ihren Ort in ein Living Museum verwandelt. Hier zeigen die Alten, die noch über traditionelles Wissen und uralte Fertigkeiten verfügen, dem interessierten Besucher, wie sie einst lebten. Die Jungen, denen viel an Erfahrung fehlt, die aber zur Schule gehen und Englisch können, engagieren sich als Touristenführer und Übersetzer. In der Hoffnung, dass es nicht nur eine reine Show ist, entscheiden wir uns, mehrere Tage mit ihnen im Busch zu verbringen. Im Dorf schaue ich zunächst den Frauen dabei zu, wie sie traditionellen Schmuck herstellen. Ich beschließe umgehend bei Naturschnuck nie mehr, um den Preis zu falschen. Die Arbeit ist ein zeitaufwendiges, mühsames Geduldsspiel. Die weißen Perlen sind zum Beispiel aus Straußeneischalen gefertigt, die in mehreren Schnitten behauen und mit einem Loch in der Mitte versehen werden. Zudem finden im Busch gesammelte Nüsse und Samen Verwendung. In komplizierten Mustern werden die Einzelteile auf einen Faden oder Draht gefädelt. Es vergehen Stunden, bis eine Halskette oder ein Armreif fertig ist. Vor jeder Hüte sitzen Frauen, die dieser Tätigkeit nachgehen. In alten Zeiten fertigte jede ihren eigenen Schmuck, vielleicht auch etwas als Geschenk für Verwandte. Heute muss der Verkauf an Touristen die Versorgung der ganzen Familie sichern. Stefan ist währenddessen fasziniert davon, dass sich in unter zwei Stunden und nur mithilfe von Naturmaterialien Jagdbogen und Pfeile herstellen lassen. Selbst der Klebstoff ist aus Pflanzenextrakt. Der neue Bogen wird sofort getestet und Stefans Pfeil verschwindet auf Nimmerwiedersehen im Busch. Am Nachmittag ist unser Expeditionstrupp komplett. Ein alter Sahnjäger, zwei Sammlerinnen, eine alte Frau und eine junge Frau mit Baby, sowie ein Übersetzer im Jugendalter. Ich würde sie hier gern mit Namen vorstellen, aber die Sprache der Sahn enthält ungewöhnliche Klicklaute, die für unsere Ohrwahn kaum verständlich sind. Sie alle tragen traditionelle Kleidung. Die Männer Ländenschurz, die Frauen Lederrock. Auf der Schulter getragene kompakte Lederbündel enthalten alles Notwendige für das Leben im Busch. Stefan und ich kommen uns mit unseren Hightech-Schuhen und dem bis oben hin bepackten Rucksack inklusive 10 Liter Wasser geradezu lächerlich vor. Was folgt, ist ein Lehrstück zum Überleben im Busch. In gemächlichem Tempo durchstreifen wir die Landschaft fernab der Pfade. Der Jäger und die Sammlerinnen beobachten das Land um uns herum aufmerksam, bleiben immer wieder stehen, um uns die Vorzüge und Besonderheiten der Vegetation zu zeigen. Dieser Baum ist ein guter Wasserspeicher, mit der Axt ein Loch in den Stamm geschlagen, kann das köstliche Nass mithilfe eines natürlichen Strohhalms genossen werden. Dabei geht ein Sahnen nicht selbstsüchtig vor, sondern ruft die Verwandten, die in anderer Richtung unterwegs sind, zu sich. Wasser ist zu kostbar, um es alleine zu trinken. An einem Busch machen wir Halt, um die Wurzel freizulegen und anzuschneiden. Es riecht nach Kampfer. Und ich werde an Tigerbaum erinnert, dass wir gegen Muskelschmerzen einsetzen. Ich bin daher auch nicht überrascht, als der Jäger erklärt, die Wurzel sei gekocht gut gegen Gelenkbeschwerden. Die Blätter der einen Pflanze helfen gut gegen Magenbeschwerden, die Wurzel einer anderen wird bei der Behandlung von Malaria eingesetzt. Der Alte erklärt uns, dass das Wissen früher von Generation zu Generation durch die Heilarbeiter gegeben wurde. Und die Ahnen spielen ebenfalls eine große Rolle. Sie können zu Krankheiten und deren Heilmitteln befragt werden. Dies geschieht meist in der Gruppe in Form von Gesängen. Erstaunlich viele der hier vorkommenden Pflanzen sollen gegen Krebs wirksam sein. In Namibia hält sich das Gerücht, es gäbe keinen Sahn, der je an Krebs gelitten hätte. Glauben kann ich das zwar nicht, aber ich denke, dass wir ihr Wissen um die Heilkraft der Pflanzen definitiv besser nutzen könnten. Das Schlimme ist, es wird mit der aktuellen, der letzten Generation der Heiler aussterben. Eine winzige Pflanze mit nur zwei Blättern, die ich wahrscheinlich achtlos zertreten hätte, erhält vom Jäger höchste Aufmerksamkeit. Er gräbt fast einen halben Meter tief, um die Knolle freizulegen. Sie ist so groß wie eine Honigmelone und ihr Fruchtfleisch wird schichtenweise mit dem Messer abgelöst, mit vier Fingern zerdrückt und dann über den Daumen in den Mund getröpfelt. Ich mache mir eine innere Notiz, dass ich diese Technik beim nächsten Orangenessen ausprobieren möchte. Zur Nachahmung kann ich es jedoch nur im Notfall empfehlen, denn der Saft schmeckt nach Schmierseife und so kann er auch nützlich verwendet werden. Die Sahn waschen sich mit der Paste, die Hände. Auf dem Weg machen wir immer wieder an Sträuchern Halt, um getrocknete Beeren einzusammeln. Sie werden zu Perlen verarbeitet. Ein Baum hat Nüsse abgeworfen und wir sammeln sie ein, um sie später über dem Feuer zu rösten. Schließlich wird es Zeit, das Nachtlager aufzuschlagen. Der Jäger sondiert das Gelände und entscheidet sich für eine freie Stelle im niedrigen Buschwerk. Zunächst entzünden wir auf traditionelle Weise mit dem Holzstab ein Feuer. Dieses dient eher als Ofen, denn als Schutz vor Wildtieren. Bei den Stämmen um Zumquill, 200 Kilometer weiter östlich, leben noch Löwen, doch nicht hier. Das beruhigt mich sehr, denn wir haben kein Zelt dabei. Wir tun es den Sahn gleich, befreien den Sandboden von Blättern, Gräsern und Strauchresten und breiten dann unsere Schlafsäcke und Decken darauf aus. Die Sahn graben sich Kuhlen in Liegestuhlform und wickeln sich in eine Decke ein. Wir sitzen noch eine ganze Weile im flackernden Schein des Lagerfeuers zusammen und reden über die traditionellen Leben der Jäger. Die Passion des alten Mannes ist regelrecht spürbar, seine Augen funkeln und es tut mir in der Seele weh, dass er zu einem Dasein als Schauspieler verdammt ist. Die Alte röstet derweil die gesammelten Nüsse und verteilt sie unter uns. Sie haben Ähnlichkeit mit Erdnüssen und wir machen uns freudig darüber her. Unter dem glitzernden Sternenhimmel und begleitet von den leisen Klicklauten der nächtlichen Unterhaltung der Sahn schlafen wir schon bald ein. In der Nacht steht die junge Frau mehrfach auf und entfacht das Feuer neu. Es ist offensichtlich, dass es für sie und ihr Baby deutlich zu kalt ist. Ich hingegen kämpfe mehr mit der Härte des Untergrunds. Meine Hüfte weigert sich, noch mehr Gegendruck auszuhalten. Noch bevor die Sonne über den Horizont lugt, sitzen wir schon wieder um das Feuer und essen Nüsse und die von Stefan und mir mitgebrachten Kekse. Uns wird erzählt, dies sei eigentlich die beste Zeit zum Jagen. Die Tiere sind aktiv und es ist noch nicht zu heiß für einen schnellen Spurt. Wenn der Jäger seine Beute mit dem giftigen Pfeil getroffen hat, verfolgt er das Tier oft tagelang, bis es stirbt. Auf diese Weise entsteht zwischen Wild und Jäger ein ewiges Band. Die Sahn verehren die Tiere, deren Tod sie am Leben erhält. Doch heute ist ihnen das Jagen unter Strafandrohung verboten. Daher begnügen wir uns mit dem, was der Busch Vegetarisches zu bieten hat. Und das ist eine ganze Menge. Eine Frucht, die aussieht wie Grapefruit, aber eine sehr harte Schale besitzt, sind die Sahnen besonders hinterher. Das Fruchtfleisch ist saftig und köstlich süß. Zu viel dürfen wir aber nicht davon kosten, mahnt der alte Sahnjäger, sonst würden wir Magenschmerzen bekommen. Wir setzen unsere Wanderung fort, wobei wir ständig auf irgendeiner schmackhaften Wurzel oder Knolle herumkauen. Als die Sonne bereits unbarmherzig vom Himmel brennt, kehren wir ins Dorf zurück. Die Sahnen mischen sich unter ihresgleichen und wir fahren um viele Erfahrungen reicher der nächsten Dusche entgegen. Wir sind dankbar für die Begegnung, denn die Sahnen haben mit uns geteilt, was war und was ist. Ihre Zukunft ist ungewiss. Und ich frage mich, ob wir in unserem Streben nach vermeintlichen Lebensverbesserungen für sensiblere Teile der Erdbevölkerung nicht irgendwo falsch abgebogen sind. Das macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Dankeschön. Deine ganzen Erlebnisse. Ich sauge es alles ein. Das ist fein, das freut mich sehr. Das ist wirklich, ja, unglaublich. Jetzt musst du mir mal bitte so ein bisschen was zu der Entstehung von deinem Buch erzählen. Weil du bist ja viel rumgereist. Also warum hast du ein Buch drüber geschrieben? Wie kam es dazu? Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ich viel über meine Reisen geblockt habe. Und viele meiner Leser haben mich angesprochen und haben gesagt, Heike, du hast so viel erlebt und dein Blog schön und gut. Aber meinst du nicht, du solltest endlich mal ein Buch schreiben, damit mehr Leute von deinen Erlebnissen erfahren, vor allen Dingen von den Erfahrungen, die du gemacht hast, von den Rückschlüssen, die du da rausgezogen hast, einfach damit, ja, mehr Leute die Welt ein Stück besser kennenlernen. Und das war für mich so die Triebfeder. Wobei es dann schon noch eine Weile gedauert hat, bis ich das Projekt tatsächlich in die Tat umgesetzt habe, weil ich sehr lange überlegt habe, ob es wirklich reicht, nur das Erlebte aufzuschreiben. bis ich auf die Idee kam, das Ganze so ein bisschen wie ein Twitter anzulegen. Also es ist keine reine Reisegeschichte, sondern das Buch ist so aufgebaut, dass nach jedem Kapitel ein Ratgeberteil folgt, den ich jetzt bei der Lesung nicht vorgetragen habe. Die Kapitel sind so ausgewählt, dass sie immer Fragestellungen berühren, die andere Menschen, die vielleicht den Willen haben, auch mal auf so eine Langzeitreise zu gehen, die Fragen, die sich solche Menschen stellen. Weil ich sehr viel auch mit Menschen in Kontakt getreten bin, die sagen, oh, ich würde wahnsinnig gern auch mal so eine Reise machen, aber ich bin nicht sicher, ob ich mir das zutrauen kann. Ich habe Sicherheitsbedenken. Was ist denn, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich einen Unfall habe? Was ist, wenn ich einen Einbruch erlebt habe? Was ist, wenn ich krank werde? Und da ich all diese Situationen erlebt habe, habe ich gesagt, okay, ich schreibe das jetzt auf und erkläre im Ratgeberteil dann, dass das eigentlich alles gar nicht schlimm ist. Und habe im Ratgeberteil sozusagen meine Erfahrungen noch mal als Essenzen verdichtet mit ganz wirklich konkreten Tipps, was man tun kann, auch in der Vorbereitung an einer solchen Reise, um solche Situationen dann auch in den Griff zu kriegen. oder wenn möglich zu vermeiden. Ja, also bei dem Unfallthema zum Beispiel habe ich ganz viele Tipps gegeben, wie man es vermeidet, dass man auf nabibischen Straßen den Lendrofer aufs Dach legt. Und für diesen Ratgeberteil hat es eine gewisse Erfahrung gebraucht und ich glaube auch eine gewisse Distanz zu dem Erlebten. Und deshalb hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich auch so weit war, das alles zu Papier bringen zu können. Ich bin total geflasht. Ich finde das total interessant vom Blog zum Buch und ja, sprachlos. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, es war wirklich ein Prozess. Also ich habe mich nicht an einem Tag hingesetzt und habe gesagt, ach, weißt du was, ich schreibe jetzt ein Buch. Ich habe auch mit ganz vielen Menschen gesprochen. Also ich habe eine Mentorin, weil ich ja als Kommunikatorin auch verschiedene Dinge ausprobiert habe. Ich war ja auch eine Weile lang mal Online-Redakteurin. Ich habe Interview-Formate auf meinem Business-Blog gehabt und lauter solche Geschichten. Ich habe mich dann mit Menschen besprochen, die selber schon Bücher geschrieben haben und um einfach auch reinzukommen in die Fragestellungen, was mache ich denn, wenn das Buch geschrieben ist? Weil das Buch zu schreiben ist schön und gut, aber du willst ja auch, dass es gelesen wird. Und ich wusste, dass das dann wahrscheinlich die größere Hürde wird. Und insofern habe ich mir sehr viel Input geholt, auch Coachings. Und ja, und nachdem ich die Sicherheit hatte, dass ich das schon irgendwie buppen kann, dann habe ich angefangen. Ja, super. Sehr schön, dass du dran geblieben bist. Warum heißt dein Buch unter demselben Himmel? Ja, das hat was mit meinen Erfahrungen zu tun und auch mit dem vielleicht zweiten Anspruch, mit dem ich angetreten bin, als ich dieses Buch formuliert habe. Denn es geht mir nicht nur darum, Leute ans Reisen zu bringen, die das in ihrem Herz fühlen können, aber noch nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Ich habe festgestellt, dass wir Gefahr laufen, wieder in nationalstaatlichen Grenzen zu denken. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt und für mich so die Antwort gefunden, dass wir unglaublich viel Angst haben vor dem, was uns fremd ist. Und Angst ist ein ganz schlechter Berater. Aus Angst entsteht Wut, entsteht Hass, entsteht Missverständnis, entstehen Handlungen, die wir vielleicht hinterher auch bereuen. Und meine Reiseerfahrungen haben mich gelehrt, dass das Fremde selten etwas ist, wovor wir Angst haben müssen. Ich bin diejenige, die sich immer in schwierige Situationen, sag ich mal, hineinmanövriert hat. Und die Einheimischen waren diejenigen, die mich rausgehauen haben. Also ich habe immer, wenn es mir auf Reisen schlecht ging, Menschen gefunden, die mich unterstützt, die mich da rausgeholt, die mich aufgenommen haben und mich wieder hochgepäppelt. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass wir im Grunde, egal wo wir leben, alle das Gleiche wollen. Wir suchen nach Freiheit, nach Frieden, nach Liebe, nach Glück, nach einer warmen Mahlzeit am Tag und einem Dach über dem Kopf. Und ich habe nach einer Metapher gesucht, die das einfängt. Und das, was uns alle vereint, ist der Himmel, unter dem wir leben. Und so kam es zu dem Titel Unter demselben Himmel. Schöner Titel. Dankeschön. Es hat, muss ich dir sagen, lange gedauert, bis ich da ankam. Also ich habe ungelogen bestimmt 100 Titel ausprobiert, bis ich dabei gelandet bin. Ja, und vor allen Dingen, ich kenne ja dein Buch noch nicht. Ich finde das ja immer schön, in die Aufnahme zu gehen, ohne das Buch zu kennen, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe was ganz anderes erwartet unter dem Titel. Und deswegen freue ich mich jetzt so, was du so vorgelesen hast. Das ist prima. Ja, das freut mich auch, weil es mir zeigt, dass der Titel vielleicht auch neugierig macht oder vielleicht auch manchmal, dass Leute wirklich was anderes erwarten, als das, was sie dann bekommen. Und ich bin auch gerne für eine Überraschung gut. Super. So, eine Frage habe ich jetzt noch, die ist ganz wichtig. Das kam jetzt in deiner Lesung nicht so vor, aber bei dir sind ja Kunstwesen im Buch. Was hat es damit auf sich? Naja, im Prinzip ist er schon zweimal angeklungen. Das Kunstwesen ist mein Schutzengel. Ja, ich bin schon im zarten Alter von zwei Jahren durch die Terrassentür ausgebüxt und habe diesen Ausflug mit einer Gehirnerschütterung bezahlt, weil ich draußen im Garten dann leider sehr unsanft auf dem Schwimmbeckenboden gelandet bin, das zu dieser Jahreszeit kein Wasser führte. Und meine Mutter hat damals schon ausgerufen, um Himmels Willen, du brauchst einen guten Schutzengel. Und es gibt so einen Running Gag in meiner Familie, die sagen immer, mein Schutzengel sei ein ziemlich strapazierfähiges Wesen. Und weil dieser Schutzengel mich eben so lange begleitet, habe ich ihn ins Buch eingewoben. Aber während des Schreibprozesses tatsächlich das erste Mal darüber nachgedacht, was das wohl für ein Wesen sein könnte. Und ich war mir ganz sicher, mein Schutzengel ist weiblich und habe dann sehr lange mit meiner Lektorin Tanja Balk darüber gestritten, ob ich jetzt die Schutzengel sagen darf. Sie hat mich aber eines Besseren belehrt und hat gesagt, Deutsch ist der Schutzengel, auch wenn sie weiblich sein mag. Und mein Cover hat ja die liebe Laura Newman gestaltet. Und die habe ich dann gefragt, würdest du dir zutrauen, dieses Wesen nach meiner Beschreibung einfach mal zu malen, weil ich es irgendwann tatsächlich auch mal beschreibe im Rahmen des Buchs. Und sie hat dann eine wunderschöne Zierte draus gemacht, die die einzelnen Kapitelteile dann auch voneinander trennt. Super, sehr schön. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort, wo du schreibst? Gibt es eine bestimmte Tageszeit? Also ich würde jetzt wahnsinnig gerne sagen, ich schreibe unglaublich gerne in der Natur, wenn mir der Wind durch die Haare weht. Aber ich bin tatsächlich jemand, der ganz klassisch am Schreibtisch schreibt, weil ich auch zum Schreiben sehr viel Ruhe brauche. Also ich bin niemand, der mit Musik schreiben kann. Ich setze mich tatsächlich einfach vor den Rechner in meinem Büro mit geschlossener Tür. Und der Einzige, der mich da stören darf, ist mein Hund. Und der macht das auch prima, weil der hat gut raus, wann ich eigentlich eine Pause brauchen würde. Und dann kommt er und sagt, spiel mit mir oder lass uns doch mal rausgehen. Ja, das sind die Haustiere, ne? Ja, dafür liebe ich ihn. Warum bist du Autorin geworden? Hm, also das war keine bewusste Entscheidung, weil, wie gesagt, ich bin ja angesprochen worden auf das Thema, ja, ob ich daraus jetzt nicht endlich mal ein Buch machen will. Und nachdem ich mich dann durchgerungen hatte, dieses Buch zu machen, war ich irgendwie Autorin. und inzwischen bin ich so begeistert davon, dass ich dabei bleiben möchte, weil ich gemerkt habe, dass es offensichtlich was ist, was mir liegt, weil ich bei keiner anderen Tätigkeit so derart die Zeit vergessen kann, wie wenn ich im Schreibflow bin. Und was mich wirklich verwundert hat, bei manchen Kapiteln oder einfach bei manchen Sätzen, die ich so zu Papier gebracht habe, wo das herkam. Also es schrieb quasi aus mir raus und ich habe mich gefragt, bin das noch ich, die das schreibt oder kommt das woanders her? Und das finde ich so faszinierend, das möchte ich jetzt einfach kultivieren und deswegen möchte ich auch gerne dabei bleiben. Ja, bitte, mach weiter. Noch mehr davon. Sehr gerne, wobei ich nicht versprechen kann, dass das nächste Werk unter demselben Himmel 2 heißt. Ja, kann ja ein anderer Titel sein, aber wieder so schöne Reisegeschichten. Also wenn man selber vielleicht nicht verreisen kann, ist es doch schön zu lesen, was du erlebt hast. Ja, also das ist auch tatsächlich eine Zielgruppe, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, was ich jetzt auch tatsächlich gelernt habe über das Feedback meiner Leser, dass es sehr, sehr viele Menschen berührt, die sagen, ich kann zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen keine eigenen Reisen machen oder ich hätte den Mut nie, aber ich liebe es, mit dir zusammen mutig zu sein und auf der Couch deine Geschichten zu erleben. Und das hat mir ein ganz tolles Gefühl gegeben. Und ja, auch für diese Menschen schreibe ich. Das ist super. Wo finden wir dich bei Social Media? Bei Social Media bin ich tatsächlich am aktivsten auf Instagram. Da bin ich einfach at Heidi Metzmeier, ein Wort, M-E-T-Z, Meier mit E-I, muss man immer dazu sagen. Genau. Aber ich habe auch eine Webseite, auf der es nicht nur um mich und mein Buch geht, sondern auch da blogge ich. Da findet man verschiedene Kategorien. Da habe ich zum Beispiel, wenn es mich gerade inspiriert, Kurzgeschichten rein oder ich schreibe über den Self-Publishing-Prozess, verschiedene Themen, aber natürlich auch über das Reisen. Auf der Webseite gibt es einen Pressebereich, wo man auch Artikel zu mir findet oder Artikel, die ich geschrieben habe. Termine, wo man mich treffen kann, wo ich Lesungen gebe, findet man da. Und für mich auch ganz wichtig zu erwähnen, auf der Webseite kann man sich auch eintragen für meinen Newsletter. Der heißt Lagerfeuerpost, weil ich ungefähr einmal im Monat dazu einlade, sich mit mir ums Lagerfeuer zu setzen. Und was wir in dem Newsletter zusammen machen, ist vor allen Dingen Reisen. Es gab ganz viele Menschen, die gesagt haben, es ist so schade, du hast so schöne Geschichten, aber ich würde so wahnsinnig gern auch mal Bilder zu diesen Geschichten sehen. Und weil Taschenbücher mit bunten Bildern praktisch nicht mehr produzierbar sind oder zumindest nicht finanzierbar, habe ich gesagt, gut, das lagere ich aus in der Newsletter. Die bunten Bilder, die Hintergrundgeschichten gibt es dann am Lagerfeuer. Wenn ich Fragen aus der Community bekomme, weil ich natürlich jetzt auch sehr oft angesprochen werde von Menschen, die Fragen zu Reisen haben, diese Fragen adressiere ich im Newsletter. Im Newsletter erfährt man zuallererst, wenn es irgendwelche Aktionen gibt. Also wenn ich zum Beispiel Gewinnspiele veranstalte, dann wissen es meine Newsletter-Abonnenten immer als erstes. Und natürlich auch da die Termine. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Mein Buch? Mein Buch gibt es im Prinzip überall dort, wo es Taschenbücher gibt und auch da, wo man E-Books bekommen kann. Aber nicht nur bei Amazon, also tatsächlich breit gestreut. Ja, und auch in der Lieblingsbuchhandlung. Und was ich den Lesern sehr gerne an die Hand geben möchte, vor allen Dingen denen, die uns vielleicht zuhören und mein Buch schon gelesen haben und sich darüber gefreut haben, nehmt dieses Buch doch und geht zu eurer Lieblingsbuchhandlung und sagt, das hat mich fasziniert aus diesem oder jedem Grund. Vielleicht magst du das mal in dein Portfolio aufnehmen in der Reiseecke. Weil wir Self-Publisher einfach darauf angewiesen sind, dass auch die Leser für uns Werbung machen, weil sich eine Buchhandlung, ein Buch von einem Self-Publisher, wenn sie den nicht kennt, nicht unbedingt hinstellt. Das stimmt. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, ich wünsche mir von meinen Lesern Interaktion. Ich möchte von euch hören. Ich möchte wissen, was euch gefällt. Ich möchte wissen, was euch stört, weil ich an meinem Leser-Feedback unglaublich wachse. Sowohl inhaltlich als auch sprachlich. Gebt mir Feedback. und vor allen Dingen die Währung, in der wir Autoren bezahlt werden, sind Rezensionen. Ich würde mir wahnsinnig gern wünschen, dass meine Leser Rezensionen hinterlassen. Auf welcher Plattform auch immer. Ob auf Amazon, Vitalia oder wie auch die ganzen Plattformen heißen mögen. wo immer ihr euch am liebsten aufhaltet, wenn ihr mir da eine Rezension schreibt, da wäre ich super glücklich drüber. Ja, und abonniert meinen Newsletter. Kommt an mein Lagerfeuer. Lasst uns eine Community bilden von Menschen, die einfach wahnsinnig gern auf diesem Globus unterwegs sind und sich gerne gegenseitig die Geschichten erzählen, die man dabei entdecken kann. Ja, unbedingt abonnieren. Mach ich dann auch gleich noch. Super, freue ich mich. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war großartig. Ich habe jetzt auch Lust zu verreisen, aber erst mal verreise ich natürlich mit deinen Geschichten. Das mache ich auch total gerne. Ich finde das immer schön, Sachen zu lesen oder sich anzusehen, was andere erlebt haben. Daher vielen, vielen Dank. Es war sehr schön und du bist jederzeit herzlich eingeladen. Vielen Dank, Emilia, dass ich da sein durfte. Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben und ich komme sehr gerne wieder. Das freut mich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung und wieder mit dem